Sie haben Hunger? Hunger auf etwas Bäriges? Kein Problem beim Schnitzelbär in Hohenems. In 10 Minuten ist zum Beispiel das Schnitzel mit Pommes abholbereit am Schnitzelflitzschalter. Einfach von zu Hause anrufen auf der Schnitzelflitz-Hotline, bestellen und schon wandert das Schnitzel in die Fritteuse. Und nach ca. 3 Minuten ist es fertig. Abtropfen, salzen, ab in den Warmhaltekarton und fertig. Jetzt nur noch zum Schnitzelflitzschalter vorfahren, Bestellung abholen, bezahlen und schmecken lassen. Beim Schnitzelbär kann aber auch vor Ort gegessen werden und auch Vegetarier werden hier fündig. Beim Schnitzelbär gibt es, wie der Name schon sagt, Schnitzel, es gibt Gordombleu, es gibt Salat, es gibt was vom Grill auch jetzt, es gibt Kaffiol, es gibt Gemüse ein bisschen. Also wir schauen auch, dass wir für Vegetarier oder für Leute, die nicht unbedingt Fleisch wollen, auch etwas im Angebot haben. Bestellt werden können die bärigen Speisen auch im Voraus. Dann ist kein Problem, du kannst das auf morgen bestellen, in fünf Minuten. Wenn es ein bisschen länger geht, kann es sein, wenn viel los ist am Wochenende oder gerade über die Mittagszeit, in der Stoßzeit, dann sagen wir da eh fünf Minuten, zehn Minuten, kann es ein bisschen länger werden. Vielen Dank. Vielen Dank.